Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von HEARTSTONE! Jeeeey! Ja, wir haben uns jetzt 1, 2, 3, 4, 9, 6 zusammengebaut. Und gucken wir mal, wie krass Patty heute verliert. Ja! Geil! Na denn, nimm mal an! Ja, ich hab mal angenommen. Danke! So, dann spiele ich heute mal. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Das eine hat gut funktioniert, das andere hab ich noch nicht ausprobiert. Welche soll ich nicht? Weiß ich nicht. Okay. Ich muss selber erstmal gucken, aber ich glaube, das Deck ist hier nichts geworden. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja, deswegen. Na dann. Also das Deck, was ich jetzt nehme, das hab ich schon mal ausprobiert. Zweimal, dreimal. Okay. Das ist erstmal nicht so ein geiler Anfang. Ne, bei mir auch nicht. Ach kacke. Ach kacke. Auch das zweite mal ziehen war nicht besser. Ne, irgendwie nicht. Hm. Bist dran. Das wird bei mir, äh, fast aufs gleiche hinauslaufen. Okay. Hey. Mensch, ich bin dran. Okay. Ich zieh mal ne Karte. Das ist erstmal vernünftig. Das ist erstmal vernünftig. Ich lieg in Führung. Ja. Alter, das geht gar nicht. Ist so scheiße. Hm. Ich hab auch richtig kacke gezogen. Ja, ich auch. Hier, hier, wo. Mäh. Zuergleichstand. Ja. Und? Och, alter was. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Alter, was ist denn los? Ich hab immer noch genügend Karte. Okay, du bist dran. Jetzt. Ist mir zu blöd jetzt. Malzer Held. Mensch. Sagst du dir, war besser die Karte? Ähm. Weiß ich nicht. Ähm. Ähm. Keine Ahnung. Jürgen, ich bin ein bisschen... Okay. Ich hab ne Ahnung. Auch wie ist mein Hals heute nicht die beste? Dein Hals ist nicht die beste? Richtig. Das ist hart. Ich weiß auch nicht. Aber ist egal. Ähm. Wie machen wir das jetzt? War das so? Nee. Oder? Nee. So können wir es ja nicht machen. Dann müssen wir es so machen. Anders ging es nicht. Fand jetzt nicht so gut. Nee. Nee. Irgendwie nicht so. Also es geht eigentlich. Ich bin damit zufrieden. Sag ich mal so. Ehrlich, ja? Ja. Ja. Äh. Äh. Die Musik. Nicht geil. Äh. Wie mach ich das jetzt? So, das ist das. Oh, Scheiße. Das ist kein Sinn. Willkommener Schwachsinn, was du da gerade gemacht hast. So ein Humbug. Ja, auf jeden. Ja. Ja. Oh nein. Ja. Ja. Moment. Ich warte. Alter was. Ähm. Ja, Moment. Ich muss erst mal gucken jetzt hier. Ich glaube ich kann gar nichts machen. Mist. Ja. Ähm. Oha. Ähm. Ja, okay. Du bist dran. Ist ja gut. So. Naja. Affe mit Waffe. Ah, Mann. Das war doof. Ähm. 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 Ich bin die Klinge der Götter. Ich bin die Klinge der Götter. Ja, okay. Ja, okay. So. Ähm. 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 Ich muss mich überlegen. Und ich das mache. Ja, okay. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Scheiße. Ähm. 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 Das ist jetzt erstmal noch nicht. Das ist jetzt erstmal bis jetzt semi gut. Okay. Aber so geht's. Das kann nicht sein. Alter. Alter. Hast du das gesehen? Ich hab's auf Video. Boah. Alter. So ein göttlicher Zug. Das hat bei mir im Kopf ne Weile gedauert wie das angekommen ist. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die Wahrheit ist mein Schild. Näh. So ein Glück. Ja. Ah, der Blutwichte, der fetzt, der ist cool. Ja, auf jeden. Oh, ey, komm schon. Komm schon. Hm. Aha. Aha. Ähm. Ehm. 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 Eh. Ah, komm. So, der Geiz. Ja, deswegen. der nervt mich da kommt ihr obsidian zur störung der sky oder der ist voll scheiße jetzt kann ich nicht bringen oder bringe ich das nein das ist wirklich kacke gerade entweder mal stehen oder dem ach komm ich mache es hier jetzt muss ich überlegen ja schön jetzt nicht gemacht das hätte auch nicht gemacht das wirst du noch nicht das hätte ich erst recht nicht gemacht scheiße ich weiß was ich nehmen soll gar nichts mal alle weg exit ich frage mich ob ich grüße euch grüße mal gucken ob das jetzt so klug war nee es war richtig behindert ja ich glaube auch scheiße das war wirklich behindert ach fuck ah Mist das war wirklich dumm komm schon nee 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 das war doch gar nicht so verkehrt nein mm Mann das ist doch assi Sooh umph Ach jo, was ist der Geilz? Ja, deswegen. So. Ne, das geht nicht. Das ist illegal. Das ist illegal. Bam, in your face. Wow. Wow. Oh Gott. Wow. Hm. Das sieht nicht gut aus. Warum fiel nicht so? Ne. Ne. Hm. 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 Ja cool. Oh eh. Fuck das war ja dumm. Das war jetzt echt dumm. Scheiße. Ich könnte mich jetzt selber töten mit Adalas. Das ist jetzt die Frage, ob das besser ist, ob ich dich töte oder du dich tötest. So wie in WoW damals. Ging das damals ja? Ja. Die ganze Zeit immer Adalas, Adalas, Adalas. Ich hab irgendwie noch nie ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Ob man sich damit töten kann. Keine Ahnung. Komm Adalas. Da geht noch was. Ey. Ey komm ich hab ne Kuhle. Ah scheiße. Hast du die Karte zu wenigstens gezogen? Ja. Oh süßte. Sie. Ist auch noch Level aufstehen. So dann nehm ich jetzt das andere ja. 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 Okay. 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 Was fehlt mir überhaupt noch? Es gibt doch neun Decks oder? Also neun. Ja. Eins fehlt mir noch. Oh weh. Naja. Alle Standortklassen. Ja aber eins fehlt mir hier in meiner Sammlung hier. Du hast die Herausforderung abgebrochen? Ja. Ach scheiße. Moment. Ach kacke. Das war jetzt nicht geplant. Ist in Ordnung. Ach Droide. Siehste Droide hab ich noch gar nicht. Soll ich dich denn wieder einladen? Ja lad mich mal bitte wieder ein. Okay. Warte. Jo. Okay. Gut. Was spiel ich jetzt so? Ach komm. Ich spiel den guten alten. Der gute alten? Heißt den überhaupt schon gegen dich gebracht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht wer der gute alte ist. Ja der ist Level 4 bei mir also. Oh. Oh Mensch. Uta. Oh. Ich werde ehrenhaft messen. Das geht weiter. Mal gucken was. Der kann ich mir eben grad nur so aus Lust und Laune zeigen wie heute aus. Ja. Ich bin ja sicher ob das gut ist. Oh es ist lustig. Leider nicht. Bestimmt nicht lustig. Fuck. Hängt gut an. Ja. Oha. Das war's. Oh mein Gott. Oh Gott. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ähm. Oha. Jetzt wird los. Ach kacke. Ach kacke. Ach kacke. Ach kacke. Ja. Hey. Weißt du was? Passen. Ne. Noch einer. Ähm. Ach komm. Ich krieg's nur hin. Da geht doch was. Ja. Hier. Oha. Sie gehst vorne. Ja. Wollt ich grad sagen. Da liegt schon auf Führung. Das muss ich taktisch überlegen. Ahhhhhhhhhhhhhhh. Das. Dann das. Ich glaub so klug gefahrt das gar nicht. Scheisse. Nee, das war gar nicht so klug. Nee, das war wirklich nicht so, dass... Obwohl, vielleicht doch. Nee, eigentlich nicht. Na, warte mal ab. Nee. Okay, das war ein Flug. Das war ein Unglück. So. Okay, du bist dran. Abfort. Nee. Ich finde dieses Geräusch so geil. Alter, eh. Alter, eh. Was spiele ich? Das spiele ich. Gitt. Gitt. Gitt, gitt, die Moos. Oh, irgendwas. Mano, mano. Mano, mano. Oha. Herr Wolf. Ähm. Ja, okay. Sollte so hingehen, äh, hinkommen, mein' ich. Sollte so hinklappen gehen. Ja, genau. Komm. Alter. Alter. Äh. Mist. Für die Gerechtigkeit. Äh. Das ist der Effekt. Da werden zwei Karten jeweils, äh, also je eine Karte vom Deck gezogen. Und wenn meine mehr Kosten gehabt hätte, dann hätte ich bloß einen Halbbarkeit bekommen. Aha. Haha. Ich hab richtig kacke gezogen, ey. Ja. Was? Das denke ich auch. Ich frage mich. Ach, komm, hier. Oh. Ist ja auch nicht mal so gut. Fuck. Wow. Mano. Hör mal auf, ich hab keine Karten mehr auf der Hand. Haha. Ich hab keine Karten auf der Hand, Hof. Kacke. Nee, ich hab's doch mal auch getrunken. Was ist sonst? Haha. Haha. Ach, ja? Silbermonds wird nicht fallen. Hör mich zum Dienst. Hör mich. Ah, das ist für kacke. Ah, ey. Das hört mich auf. Hör mich zum Dienst. In den Kampf. Für die Gerechtigkeit. Hm. Also das Deck, äh, hat auf jeden Fall noch Schwächen. Findste? Ja. Also, keine Ahnung. Ich mach irgendwie gar keinen Schaden, dann kommt mir so vor. Oh, fuck. So ein Unterhalt. Ich, geht, ich, geht. Das könnte diese Sache schwierig machen, aber... Alter, ey. Hahaha. Hör mich, wach. 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 Egal. So. So, jetzt könnte ich auf jeden Fall ein extremes Problem haben. Nein, jetzt. Pass auf. Pass auf. Nee. Mache ich erst deine Morlocks-Tot, oder? Nein. Na, erst mal, erst mal so. Erstmal so. Ja, okay. Passt schon. Oh, Alter. Warte, warte, warte. Alter, leck mich doch, Alter. Ich hab verloren. Du wurdest überrannt. Leck mich hart. Ist das eigentlich... Tut das eigentlich dolle weh? Nee, eigentlich nicht, weil das ist ein eckhaftes Deck, weil ich nicht spiele. Ach, dein Uter. Ja, genau. Okay. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal. Nimmst du mal ein anderes Deck gegen das Moorlog-Deck? Ne, nehme ich mal... Ich baue mir jetzt gleich erstmal ein Druiden-Deck. Das fehlt mir nämlich noch. Mach das, mach das. Okay. Dann würde ich sagen, das war schön. Geht, okay. Auf jeden Fall, überhaupt ja auch nicht knapp. Geht so. Es wird schon, wird schon, wird schon, wird schon. Ja, 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 ja. Dann hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, hey, hey. Ich moderiere ab. Ach so. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.